Jetzt machst du auch noch eine Runde alleine, ja, warte mal, hier muss ich mal umdrehen, ist ein kleines Glitzes bisschen eng hier bei dir, aber passt schon, alles gut. Ups, jetzt bist du runtergefallen, kommst nochmal hoch, komm her, hoch, jawohl, komm hier rüber, komm, jawohl, so, jetzt kannst du alleine machen, wenn du willst. Dein Monster, dein gelbes Monsterding, du willst doch lieber auf mir drauf sitzen, ja, hier noch ein bisschen Monster spielen, Monster, 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 gelbes Monster, knick, 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 lass dich nicht runterschubsen, genau, das ist eine gute Idee, Pixie Pixie, eine sehr gute Idee, und nun, kannst du ein bisschen tanzen mit dem Monster, Chat immer hoch, so, prieey, jetzt fest und machst du fertig. noch mal tanzen ich bin mal gespannt wann das abgerupft hat alles wollen wir mal die tage zählen ich sage 5 so pixel bärchen rübenratz bärchen würde jetzt gerne mal ein bisschen unter die dusche nur mit dem wasser ist das genehmigt? gut gut du hast zu tun noch ja? hallo ein kalemännchen? na du darfst nachher auch noch ein bisschen mit rein ja aber erst ein bisschen später ok? noch nicht, nee nee noch nicht später so pix tschüssi sagt bärchen muss planschen doch 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 ne nicht auf mich rauf nochmal du bist ein lustig was machst du denn hier? also wenn du das nicht vom übel gelernt hast dann weiß ich ja auch nicht das hat der dir gesteckt dass man da sitzen kann ne? guck mir ab, dafür musst du auch Bauchkussis ertragen wer auf Kamera sitzt kriegt Bauchkussis ertragen ne? du bist hallo gebrahim du bist die die du 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 du